servus liebe bull of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute widmen wir uns dem inspirationskatalysator so wird er zumindest vermutlich auf deutsch heißen inspiration catalyst ist der englische name und letzten endes das ding mit dem ihr wieder eure eigenen tset teile herstellen könnt erscheint in wenigen wochen oder sagen wir es mal so den größten teil der wartezeit haben wir zumindest abgeschlossen und ich will euch in diesem video zeigen wann kommt er wo befindet sich das ding und wie kommt ihr an aufladung wo befindet sich das ding das ist hier zack punktlandung und zwar bei den koordinaten 59 54 in türholt den weg den ich geflogen bin habt ihr schon gesehen ich gehe noch mal ein stück zurück dann quasi von diesem ganzen gebilde hier auf der linken seite von diesem aquädukt ungefähr hier dieses kleine gebilde mit oben einen eingang oben drauf das erkennt ihr auch dahin ob ihr richtig seid wobei jetzt ist es eh noch egal ist dann erst so richtig wichtig wenn das freigeschaltet wird hier steht antuka die katalysator verwalterin drin und stand jetzt hat die nur einen satz zu euch oder zwei was ist euer begehr mehr könnt ihr noch nicht machen aber hier wird das ganze dann freigeschaltet kommen wir zum wann und das sind jetzt etwas weniger als vier wochen zur id am 25 januar wird das ganze gebilde hier nutzbar sein und dann könnt ihr wie vorher auch teile umwandeln in t teile wer das ganze nicht kennt aus shadowlands ist relativ einfach ihr habt dann so eine konsole hier stehen die könnt ihr dann anklicken da könnt ihr dann ein teil reinlegen beispielsweise diese höschen hier und dann kann ich auswählen ob ich die umwandeln möchte und daraus würde dann aus dem ding ein 392er set teil werden also item level bleibt gleich wenn ihr so sachen drauf habt wie avoidance geschwindigkeit oder so das wird übernommen ich meine aber verzauberung und so ein krams werden nicht übernommen das müsstet ihr dann neu machen also hier würde ich jetzt das ist normal item level das bezieht sich immer auf den raid würde ich dann diese hosen hier in 392 bekommen mit halt dem set effekt ihr könnt aber auch schuhe und so weiter und sofort da rein legen das bringt euch keinen set bonus den gibt es weiterhin nur auf helm schultern brust handschuhe und beine aber ihr könnt das nutzen um eure hier die optik zu vervollständigen quasi also das ist der hintergrund weswegen ihr das fortführen möchte oder könnt wenn ihr wollt das ganze skaliert dann auch hoch also ab 402 wenn ich dann item rein schmeiße ist es dann auf heroisch und ab 415 müsste dann mythisch sein also so verändern sich dann auch die optiken also in 415 item habe ich da überhaupt eins ich glaube noch nicht aber zum beispiel nicht mit den gürtel hoch kraften lassen wird auf 418 knall den da rein würde ich hier die mythische variante kriegen und es verändern sich dann auch die stats auf den items zu eben dieser scherpe des verschollenen landrufers würde es dann werden weiß jetzt die stats nicht aus dem kopf aber aus tempo mastery würde dann höchstwahrscheinlich irgendwas anderes werden also so funktioniert das kommen wir noch zu den aufladungen in shadowlands braucht ihr eine bestimmte ressource kosmischer flux 1500 stück um teil umzuwandeln maximal die preise haben variiert je nachdem so sachen wie im umhang waren am günstigsten und brust beine kopf waren am teuersten das wird jetzt nicht mehr der fall sein ihr müsst keine extra ressource mehr farben bei dem creation catalyst war es so dass also dem schöpfungskatalysator aus shadowlands dass ihr pro woche eine aufladung bekommen habt gratis und ihr musste dann halt das item reinschmeißen 1500 flux und dann wurde es umgewandelt jetzt in dragonflight ist es dann so ihr bekommt eine wöchentliche aufladung über eine weekly quest was genau ihr dafür machen müsst steht bislang noch nicht fest aber ihr müsst nur die quests abschließend bekommt oder braucht keine weitere währung und könnt anschließend euer item sofort umwandeln diese aufladungen werden auch für twinks freigeschaltet soweit ich das weiß heißt wenn ich das auf meinem main gemacht habe und weiß nicht zweimal die quest und ich level mir dann in der zeit einen mönch hoch kann der dann zukünftig auch zweimal dieses teil umwandeln also das ist ganz angenehm gelöst recht twink freundlich da müsst ihr nicht das war zumindest fand ich das schlimme an dem system was heißt schlimm ich fand das system ganz nett aber das nervige in shadowlands ich hatte halt zwölf chars und auf zwölf chars vierer set bonus und trotz raid ist mir halt irgendwann der katalog kosmischer flux ausgegangen weil wir halt mythic beim jailer und so weiter weiter gemacht haben und nicht jeden boss neu geprogresst irgendwann ist mir der flux halt ausgegangen dieses problem hat man dann hier nicht mehr also das sind die rundum startpunkte für dieses system sobald es da ist gucken wir es uns natürlich auch noch mal an aber das nur als hintergrund damit ihr wisst wann kommt das wie wann wieso weshalb warum und wer nicht fragt ist dumm damit hoffe ich hattet ihr einen guten rutsch ins neue jahr lasst es euch gut gehen bis zum nächsten video habt eine schöne zeit reingehauen